Hallo und herzlich willkommen zu einem bisschen verspäteten Anfang, weil irgendwie hat mein LoL sich gedacht, ich hab überhaupt keinen Bock an... Aber anscheinend bin ich nicht der Einzige, der das hatte. Äh, ja, anscheinend hat es noch ein, zwei Leute mehr. Keine Ahnung, was da los ist, aber okay. Aber anscheinend ist mein Top-Lane auch nicht da, fällt mir gerade auf. Ja, wie gesagt, das lag nicht nur an dir, wenn drei Leute von uns das haben... Ja, dann ist irgendwas mit dem LoLs daran. Die Diana stand auch gerade nur drumrum. Und so, irgendwas ist mit dem LoLs daran, wenn Gott mich feierlich. Oh, ich hab' fast lasst, ich hab' lasst verkackt. La 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 la... Wow, man ist drin. Ja, das hat mich gerade einfach nur richtig hart verwirrt. Keine Ahnung, was das war, aber okay. Sehr seltsam. Ich hätte doch mit Donald's Ring starten können, ehrlich gesagt. Fällt mir gerade so auf, aber gut. Was war das denn für eine Aktion? So, ob ich zugerannt hab, mir mein Schild abgezogen und das war's. Ich bin verwirrt. Das ist seltsam. Ich fahr' im Moment nur mit meinem, in meinem Ground-Slam. Das ist vielleicht ein bisschen dumm. Bisschen kostenintensiv. Geht eigentlich, ich hab' noch halbes Mana. Oh, Hekarim steht nur rum? Okay. Das war nur... Einfach nur wirklich nur rumstehen. Ich dachte erst... Oh, was ist denn das? Was soll denn dieses... Ge-Greedle immer? Aber ich hole mir First-Item-Sunfire auf jeden Fall. Das kannst du tun. Das werd' ich auf jeden Fall tun. Oh Gott, bin ich grad schlecht im Lasten, ey. Ist ja schlimm. Oh, der Hekarim ist besser leider im Moment. Oh Gott. Naja, egal. Ich hab' den schönen Hard-Engage. Das muss reichen. Die Stumpfheit von Malphite muss einfach reichen. Das hat mich echt... Also, die Direktion am Anfang hat mich echt irgendwie... Oh, Mann! Hat mich echt ein bisschen hart, äh... Gebrainfuckt. Oh, hier ist Ramos. Das ist nicht gut. Oh, oh. Wäre ich nicht um, würde ich teleporten. Ja, ich... Also, wenn es weitergeht, stimmt der Typ noch. Oh, komm, hier. Mach ihn platt. Bitte mach ihn einfach nur platt. Alter, hier. Du hast nicht ehrlich gerade entkommen lassen. Oh, nein. Das wär' ein Auto-Tag gewesen. Ach, nee, der war... Ach, okay. Jetzt weiß ich warum. Er war getauntet. Okay, ich muss back. Ich hab kein Mana und fast kein Leben mehr gerade. Das geht gar nicht. Ich kann mir noch nicht mal Barmys bis jetzt holen. Aber gut, egal. Oh. Das könnt' ich mir holen. Ich glaub, das mach' ich sogar. Top-Lane-Smith. Dann hab' ich ein bisschen mehr Mana. Und danach hol' ich mir Sunfire. Ich bin ja lieber so'n bisschen... Ich bin ja dauernd am Spamen, da kann ich mir auch ein Mana-Item holen. Okay, ich hab' Ulti. Jo, was ist bitte mit dieser Diana los? Die macht viel Schaden, oder? Geht gar nicht fit. Ja, das ist normal. Das ist leider ziemlich normal. Oh, ich hab' gar kein Wort. Ich sollte vielleicht darauf achten, ob ich auch ein Wort habe. So, vom Prinzip her wär' das wahrscheinlich gar nicht so dumm. Ich spür gleich wieder die... Ich spür gleich wieder Division, da muss ich mich nicht auf... Team Koran verlassen, die ich nicht kenne. Ja, gut. Das stört natürlich. Alter. Gott, wenn ich ein scheißer Moment. Da muss ich mich auch nicht auf Team Koran verlassen, die ich kenne. Okay. Das war jetzt gemein. Ja, ich bin ja nur ein bisschen schlecht im Lasten gerade. Er hat nur sechs mehr. Problematisch bei mir ist gerade, dass... ...die Diana Firstblatt bekommen hat. ...du dich aber auch auf dich selber nicht verlassen musst. So, einmal... ...wohnen. Komm. Ja, nice. Aber ist eigentlich relativ entspannt gegen ihn, weil er... ...äh, ich spiele halt Rüstung und er macht halt großzöchiger D-Schaden, ne? Ist halt so Standard, Malfight, Top-Lane, Mechanic. Einfach mal Rüstung kaufen. Das wird schon gut gehen. Okay. Ja, ich hole ihn aber langsam auf im Team... äh, im Teamfight, genau. Ich hole ihn auf im Teamfight. Im Lasten meine ich. Ich meine, warum auch immer ich jetzt gerade an Teamfight gedacht hab. Kack. Was ist denn... Die macht so viel Damage. Das... ...dicht feierlich. Ich muss ich jetzt ein bisschen zu first spielen, muss. Das spielen ja viele. Das will ich aber eigentlich gar nicht spielen. Okay, ja gut. Das ist ja, dass du lebt. Das ist dann natürlich doof. Gut, da muss ich jetzt wohl, äh, dienst was spielen, lässt sich wohl nicht vermeiden. Das kannst du ja machen. Das war zwar eigentlich auch nicht im Plan, aber, na gut. Ja. Kannst du es nicht vermeiden, dass lässt sich nicht vermeiden, ne? Ja, im Endeffekt genau das. Oh Gott. Okay, ich muss rausholen. Schade. Ich dachte, ich könnte es mir aufsparen, aber es reicht leider nicht. Ich glaube, da geht gerade sein Internet flöten. Hörst du mich wieder? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Lass mich raten, der Internet ist gerade voll für den Arsch. Hallo? Ja, ja, ich hatte gerade, also ist alle... Hörst du? Ja, ich höre dich, ich höre dich. Aber es wird verspätet. Aber es wird mich versetzt schon, ja. Ich möchte schon. Ähm. Ich habe gerade übrigens Skype aufgelegt, für die ich es nicht mitbekommen habe. Hat mich gerade... Biss... Okay. Muss ich mich jetzt über ein anderes Teil an, oder nochmal über das Gleiche? Über das deutsche Auto. Was? Über das... Das ist das selbe. Okay. Dies ist super geil, ey. Ja, das ist irgendwie nicht so geil. Ja, super, cool. Ich hache so unser Internet-Thema. Scheint ja richtig gut zu sein. Das ist ungefähr super schlecht. Ja, merke ich. Egal. Grimisch hin. Oh Gott, bin ich gerade scheiße wieder. Aber ich habe ihn trotzdem im Fall überholt. Ähm, na, ich jetzt gerade eben dadurch einfach nicht mehr. Oh, da ist der Karim. Achso, der ist unten. Oh, ich... Ja, ich weiß, er ist auch in 10 Sekunden bei mir, aber ist ja egal. Ist nicht so schlimm. Hatte er einen Kill bekommen? Ja, einen. Scheiße, das ist nicht so gut. Ich brauche 700 Gold, dann habe ich Barmys. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ach ja. Aber jetzt scheint es ein besseres Internet wieder zu haben. Ich habe jetzt auch 44er Ping, aber... Ja, wie lange? Äh, dings, 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 dings. Ich glaube, ich glaube, ich bin da ja. Okay. Ich wollte mal hier in den Triwush. Da ist sie. Hallo. Wow, die macht aber echt gut, der Match. Oh, 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 oh. Buddy. Oh, das war nicht so gut, dass ich sie nicht getroffen habe. Ja, die kriegen wir, aber die kriegen wir. Oder auch nicht. Oder auch nicht, nee. Naja, gut. Steht hier noch wahrscheinlich ein Busch, oder? Oh, was? Ich habe Standbild. Okay. Oh, sie läuft zum Hi. Nice. Komm, Hi. Zeig, was du kannst. Hm, sterben. Komm, Hi, komm, Hi, komm, Hi, komm, Hi, komm, Hi. Die ist einfach schneller, als ich die Fixerin, äh. Ha, nice, du hast Teleport. Ja, klar. Da, sie kommt zu dir. Perfekt, ich komme zu dir. Okay. Alter Junge, ich wollte gerade sagen. Ich hätte sonst noch Ulti gehabt. Oh. Äh, wir haben ja so ein Problem. Ja, geh einfach weg, ich bin um. Na gut, dann gehe ich. Ich bin auch relativ um. Ja, Junge, entspann dich. Ich bin Malfall, so schnell werde ich auch wieder nicht drauf gehen. Ah, und ich kann mir endlich Barbies holen. Sehr gut. Meine Hauptschadensquelle. Traurig, aber. Also, einfach mal Barbies. So, aber das war ganz gut, dass ich den Kill bekommen habe. Dadurch habe ich Athen's und meinen Mittaur vielleicht nicht mehr. Obwohl ich habe Ulti. Das war gut, dass du den Mittaur nicht mehr hast. Äh, nee. Ich, äh. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut. Aber. Oh, ich fahre mal mit Barbies. Ist echt so. Einfach mal reinstellen mit Barbies, das passt schon. Das ist ja jetzt mal nicht so gut. Stimmt bin ich auch noch. Ich komme zu dir, ich komme zu dir, ich komme zu dir. So, ich sterb doch gar nicht. Danke, ich bin gut. Ah, gut. Bei mir ist alles mehr oder weniger Chico. Das, die Betonung ist eher auch weniger, aber, oh Gott, gar nicht gut. Das ist ein hässlicher Typie. Na, okay, ich bin nicht tot. Aber knapp was. Ramos, ich glaube nicht, dass du mehr Schaden machst als ich. Oh, er macht doch mehr Schaden. Okay. Wieso macht er mehr Schaden? Hallo, Ramos ist. Na, vielleicht dürfte er aber auch ganz schön Schaden machen. Na ja, gut. Oh, nice. Äh, soll ich mal Mitte kommen? Ich habe Ulti-Ready. Ja, mach. Ich bin auch offenweg gerade in die Mitte. Guck mal, es bleiben einfach Leute random stehen zwischendurch. Ja, das habe ich auch gesehen. Genau das, was mir auch passiert ist. Das habe ich auch gesehen. Ihr könnt von der Seite rein. Ja, geh rauf, geh rauf, geh rauf. Hallo. Oh, ich glaube, er sieht mich. Oh, verdammt. Das hat er gut gemacht. Oh, ich versterbe. Komm, tötet doch wenigstens einen, Leute. Oh, Gott. Das läuft ja mal gar nicht. Also, sobald ich in den Promos bin, ist es total vorbei. Es geht ja mal gar nicht. Alte Schwede. Es ist so ätzend. Das kann doch nicht wahr sein. Äh, ja. Läuft ja jetzt nicht so richtig. Mehr oder weniger absolut gar nicht. Wieso sind eigentlich immer unsere Bot-Lane so scheiße? Dafür werden die ausgebildet, glaube ich. Ähm, die Gegner sind einfach mal godlike. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so godlike. Ich auch nicht. Okay, ein Stopp-Lef-Force-Level-2. Ja, das ist jetzt schon verloren im Endeffekt. Alter, ist das schlimm. Okay, ich habe gleich Sunfire. Wartet bis hier rein. Was macht die Sivir da? Loll. Was ist? Die Sobark hat meine Ulti überlebt mit... Nichts. I'm happy. Ja, äh, wenn wir ins Late Game kommen, wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber solange wir nicht ins Late Game kommen, haben wir ein Problem. Und wahrscheinlich nicht ins Late Game kommen. Ja, jeder inzwischen, äh, hier, das, äh, Zero Portal spielt. Ja, na klar. Seltsam ist. Aufdings, äh, finde ich, das so Racker finde ich, das ein bisschen unnötig, aber... Ja, ich würde halt irgendwie auch auf Tanks spielen. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich machen. Ja. Aber die haben nichts wirklich mit AP-Damage. Gut, die Diana ist ziemlich OP, aber der LZ-Rild macht ein bisschen mehr Schaden mit Diana. Naja. So was wird denn, dass Siebertraut daraus, ne? Ja, werde ich mal trotzdem gleich gönnen. Gibt Armor und Magic Resist. Gibt 60 Armor, 60 Magic Resist. Damit kann ich voll leben. Muss ich jetzt mal so einfach sagen. Ich geh mal wieder top. Die werden mich schon nicht instanten. Nur Sloan werden sie mich. Oh, der S-Real. Ich hab auch, wird zur Not. Ja, die werden jetzt versuchen, den Tower oben zu nehmen. Ja, den kriegen die auch. Das kriegen wir nie im Leben. Ich kann versuchen. Auf den S-Real. Wo ist er hin? Oh, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Ich hab ihn abgefangen. Korrekt. Slowed. Hinter dir, Sekarim. Oh, schau. Ich hab noch alles rausgedrückt, was ich an Schaden rauskrieg konnte. Ja, ich hab auch keine Chance mehr. Das war's dann. Alter, wieso hat der Typ schon wieder full life, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse so Raka. Mhm. Es ist einfach über die Wand geflasht, der Wichser, und nix passiert, ey. Ja. Trotz meiner schönen Flash-Aktion hat's nix gebracht. Oh, man. Alter, steht aber auch einfach mal 18 zu 4. Ach, genauso wie eben. Alter, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich darf jetzt danach nicht mehr verlieren, ne? Du musst das letzte dann... Oder du musst dann beide gewinnen. Du musst die letzten beiden gewinnen. Das ist ja nervig. Es lag bis jetzt nicht einmal an mir. Es lag immer an der Botlane oder am Jungle. Und hier liegt sogar an beidem. Beide übelst scheiße, ey. Muss irgendeinen von den beiden? Muss irgendjemanden umbringen, ey. Was? Ja, der Hekarim kommt weg. So ein Split-Pusher. Kann ich nix machen. Das Spiel ist scheiße. Ne, das Spiel ist nicht scheiße. Die Leute, mit denen wir spielen, sind scheiße. Auch das. Mein Pinkwart steht hier immer noch, obwohl die schon 17 Mal in diesem Jungle waren. Jo. Das ist ja egal. Alter, was macht der da? Der hat 1-6 gehabt. Auf die Diana, die die 5 oder 4-2 hatte. Die furzt den zu Tode. Ja. Aber es gibt ja auch mehr Sinn, das Berenpid von da aus zu worden, als von hinterm Berenpid. Das, was ich benutze jetzt im Moment das Spiel dazu, damit ich meine Lampe so hinstelle, dass sie nicht ein bisschen ins Licht scheint. Äh, in die Kamera scheint. Das hat doch sowieso keinen Sinn mehr. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Mit dem Yi auf jeden Fall nicht so wirklich, ne? Nicht nur mit dem Yi, auch mit der, ähm, mit der Bot-Lane allgemein. Ja, ich kann da rauf gehen meinetwegen, aber das bringt nix. Nö, Spaß. Okay. Guck mal, wie der hochgehealt wird. Der stirbt einfach nicht. Ja, guck dir's an. Die sterben einfach nicht. Keiner von denen hat auch nur, äh, die zucken nicht mal die Lebensbalken. Ist halt nun mal echt so. Deshalb meinte ich auch, wir müssen da, wir können da nicht rein. Sau dumm. Ja, okay. Heißt nicht, umsonst DC, Jono. Ja, ja, geconnected. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht wahr sein. Also, ganz ehrlich, die, die, sorry, aber wenn das wirklich an den Lags liegt, dass sie so scheiße spielen, was ich nicht weiß, aber, also, ich hätte ja am Anfang auch Lags. Ja, ich hatte das einmal, und ich das zwischendurch auch, das, aber da ist für mich auch Skype abgestürzt, also, von daher muss es nicht unbedingt... Ja, aber bei dir kannst du auch ein Internetproblem am Internet liegen. Eben, genau. Ja, sorry, Leute, aber da kann ich nix tun. Ja, ich habe 20 Sekunden, was soll das denn? Ich dachte, der läuft weiter. Achso. Er hat das anders gesehen. Ich stelle mich mal kurz hervor. Ja, nee, sorry, aber... Das ist doch relativ lost. Hm, ja. Ich will bei den Asriel mindestens einmal killen. Samu, ja, mal killen? Oh, ich wurde erst mal getaustet. Ich habe einen kill. Oh, ich finde das jetzt so lustig, ich finde das jetzt schon. Oh, das können sie eigentlich nicht mehr throwen. Eigentlich eher nichts tun, ne? Was? Ich bin doch wohl außerhalb ihrer Attack-Range gelaufen. Hm, wahrscheinlich nicht. Warum hat sie denn eher das tot? Obwohl? Okay, er hat sie tatsächlich geschafft zu töten. Wie, das wirklich throwen? Wäre das richtig witzig. Also, wir haben nur einen Nibito besetzt verloren, ne? Den kriegen wir gehalten, ich bin ja da. Hm, wenn jetzt nicht noch ein Banner-of-Command kommt, dann... Es ist ein Banner-of-Command, aber okay, so. Leck mir doch nie. Echt? Ja, war klar. Was spiel ich denn bitte für ein Bild? Banner-of-Command, ZZ-Rod-Portal. Was, bitte? Ja, weiß ich. Das Bild spiele ich gleich auch. Die hat richtig Bock auf Minions. Ich weiß was, das Bild spiele ich jetzt als Counterpart auch. Ich spiele ich auch schon. ZZ-Rod-Portal? Spiel ich ja schon. Bester Counter zum ZZ-Rod ist ein ZZ-Rod. Spiel ich denn bei uns hin, dann gehen sie ja entgegen und dann geht das. Oh, Junge. Was macht der da unten eigentlich? Ist der behindert? Keine Ahnung. Das kann nicht wahr sein. Also, ja, er ist behindert, was er da unten macht, keine Ahnung. Also, jetzt mal ehrlich, was soll der Mist? Du benimmst dich wie, keine Ahnung, besoffenes Eichhörnchen auf Koks-Trip. Ich hab' noch keine Ultis, das Problem. Jetzt hätt' ich Ulti. Wollen wir rauf? Ja, nee. Nee, lieber nicht, ne? Oh, weg, 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 weg. What the fuck? Wie schnell bist du denn geplatzt? Äh, in 3,4 Sekunden. Aber das ist nicht die Zeit, in der ich eben geplatzt bin. Wollte grad sagen, du bist in 3,4 Nanosekunden geplatzt. Ja. Was macht denn der Yi? Wo ist denn der bitte? Random durch die Gegend laufen. Ich mein, cool, so pusht der Ezreal nicht, aber... Warum sind Menschen so dumm? Ich weiß es nicht. Hm, du bist auch noch gestorben, scheiße. Ich dachte, ich krieg's doch noch hin, ohne zu sterben. Ja, aber jetzt mal ehrlich, ich hätte... Ich hätte gar nicht so schlechte Stats, gar kein so schlechtes irgendwas. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen gleich noch ein Game machen und das jetzt gewinnen. Können wir nicht einfach 2 gegen 5 spielen? Das würde leichter sein als mit denen. Ich mein ehrlich. Das könnte sein, ja. Was macht der Yi? Der Flash daneben vorbei, läuft 2 Meter weiter. Bleibt stehen, stirbt. Geil. Ja, das war's. Ja, vorbei. Ich spawn vielleicht gar nicht mehr, doch, ich spawn noch. Also allein die Minions bringen den Inhibit, der bringen unser Nexus um. Ich reporte die alle 3. Ja, definitiv. Alle 3, die sind... Wobei der Marokai gar nicht so scheiße war, muss man sagen. Der Marokai war okay. Ja, gut. Der kriegt, der kriegt keinen Report. Nee. Aber... Aber die anderen beiden kriegen auf jeden Fall einen wegen, einfach wegen Feeding. Also das, was der je gemacht hat, ist definitiv Intentional Feeding gewesen. Sorry. Ja, das, was die Dings auch gemacht hat, der 084. Intentional Feeding... Also ich hab Maokai Support ganz gerne mal gespielt. Das ging gar nicht übel. Naja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.